Was geht, was geht, was geht ab an meinen letzten Shop-Fans-Videos an diesem Jahr? Damen und Herren, mal willkommen zu meinem letzten Shop-Video dieses Jahr. Ich hoffe, euch geht es an diesem letzten Tag in diesem Jahr richtig gut. Lasst es euch gut gehen. Einmal einen frohen Rutsch ins neue Jahr. Ja, Leute, heute kommt am 18.00 Uhr noch die Premiere. Bitte schaltet da ein. Was? Du müsstest das letzte Mal in diesem Jahr in die Videobeschreibung gucken, wie die Videobeschreibung sind. Macht das doch gerne mal. Wir haben heute einen komplett neuen Item-Shop. Wir haben hier Eimer. Leute, ich starb. Dann haben wir hier. Das ist dann wie so ein Lederschwert, Hängelgleiter, Disco-Party. Video passend zu heute Abend. Break-Landed. Einer ist der geilsten Emotes für Disco. Einer ist der geilsten Emotes. Ich gehe die ganzen Skits nicht durch. Wir haben hier auf jeden Fall die Sonnenunterangebote für Silvester. Dann haben wir hier. Ihr hört es wie so ein Echo. Passt gut. Kleine Schritte. Wo ist Neues? Prismarand und die zwei. Jetzt kommen wir zu dem Set, wo man 3000 Rabatt hat. Ich sehe das, wie die Leute mit Skins. Alter, da ist der Hängelgleiter verpackt. Ich sehe das. Der wird nicht angezeigt. Ich frage mich aber auch, warum der nicht angezeigt wird. Keine Ahnung. Das ist wohl ein Shop-Bug. Kann die Skins hier noch einzeln holen? Ja, ich würde einfach heute mal ein schnelleres Shop-Video machen, als sonst immer. Und dann hätte ich gesagt, war es ja schon gleich. War es ja schon mit dem Shop-Video hier an diesem Jahr. Ich muss sagen, danke für die tollen Jahre. Äh, für das tolle Jahr. Danke, dass ich fast die 500 Abos dieses Jahr gepackt habe. Danke euch. Ich bedanke mich. Danke euch. Danke euch. Danke euch. Eure Schüler meldet sich ab. Wenn ihr mir noch ein Silvester-Geschenk machen wollt, dann haut gerne einen Abo-Button rein. Das würde mich sehr, sehr freuen. Weil vielleicht habe ich heute nächstes Jahr und die Zeit schon 1000 Abos oder so. Falls ihr noch jemanden das letzte Mal in diesem Jahr supporten wollt, geht den Support at Aquarelecoats.de ein. Tschüss, bitte.